Offenbar wirkt diese Unzerstörbar-Pille. Oh, muss das sein? Lantern! Grand Slam! Viel Spaß, Kinder! Und nicht auf die Straße laufen! Das war nicht sehr nett, Snowflake! Snowflake! So hieß meine Katze! Nein, ich hatte leider nie eine Katze! Also, ich muss ja echt, wie gesagt, habe ich das schon erwähnt? Also im DC-Universe kenne ich mich nicht so gut aus, zum Beispiel Killer Frost kenne ich gar nicht, ich weiß nicht mal, ich kenne mich nicht, ich weiß nicht aus welchem Universum das kommt, also damit meine ich einfach aus welchem, ja, wie sagt man das? Also wenn ich sage Robin, dann sagt man ja, okay, der kommt aus dem Batman-Universum, wisst ihr was ich meine? Ich weiß nicht, woher Killer Frost kommt, wessen Gegenspieler sie ist, das weiß ich zum Beispiel nicht. Green Arrow kenne ich, Wonder Woman natürlich auch, aber ein, zwei Leute kenne ich echt gar nicht. So gut kenne ich mich da nicht aus, da will ich schon ehrlich sein. Ja man, du Bitch! Zack, zack! Was war das denn jetzt? Zack! Ich habe nicht erwartet, dass ich über dich springe und dich schlage. Ja, ich dachte, das würde mich aufwärmen. Habe ich was verpasst? Alles cool? Vorstich, wie geht's Grundy? Schwerelos. Im Orbit. Du hast doch nicht... Grundy ist ein Zombie. Ihm geht's gut. Also dann los. Bald wird Superman wissen, dass wir hier sind. Okay. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.